herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen bei reddog campbell heute ist donnerstag also spiele ich in days after und donnerstag day days after und ja scheint gerade wieder ein bisschen internetproblem zu sein also dann gleich geht's los ok und da bin ich ich hab gestern schon mal angefangen ein paar sachen zu fahren ich hab vier ich könnte mir ein dingens holen eine granate die habe ich gestern abend auch noch gespielt also ist das jetzt schon frei oder noch nicht müsste noch frei sein oder schon wieder frei dann würde ich sagen dann würde ich das einmal schnell machen dann brauche ich den das und jenes und das ist für die stadt für den söldner wollte ich auch mal ausprobieren so also wir werden heute spielen einmal den abwurfpunkt werden wir spielen und danach werde ich das hier weiterspielen also dann für spaßbar abwurf wir sind da da ist die neklamm die uns gleich in griezen lässt ich hab noch die sachen gekauft und jetzt tauschen ja tauschen genau genau das war jetzt für die erste warte bin ich noch nicht ok dann bauen wir jetzt mal auf die starke kommt einer raus und der raus die schwache kommt hier damit beide waren die starke kommt die starke kommt die starke kommt ich bin die 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 Stoppt! Naja... Aber die sind... ...nicht kaputt. Jetzt bin ich mal gespannt. Hab ich das jetzt trotzdem geschafft oder nicht? Ich hab's nicht geschafft. Scheiße! Scheiße! Ich hab's nicht geschafft. Ich hätte es so locker schaffen können. Ach Mensch! Ärgerlich, ärgerlich! Ganz ärgerlich! Dann probieren wir jetzt den hier. Glaub ich da hin. Ging gleich weiter. Machen die nächste Scheiße! Gut! Ich werde jetzt hier nichts einsammeln. Ich werde nur... ...das hier machen. Ich brauche ja gar alle Kütz. Ach, ich soll doch was machen. Ich hab's eingesammelt. Nichts. Nichts. Ging. Dann probieren wir den... ...dass du den... ...dass du ihn? Was ist da los mit mir? Ich bin sowas von unkonzentriert heute. Nur weil ich die Nagelpistole nicht benutzen möchte. Was ist das? Ach, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Das war zu wenigstens bei mir. Das war zu wenigstens bei mir. Das war zu wenigstens bei mir. Oh, das war zu wenigstens. Das war zu wenigstens bei mir. Kaputtarktasus. Geh die Lasterbus, da braucht es die Nagepistole. Ja! Wird gleich mal schauen, zieht das hier eigentlich auch mit? Heizt Quill? Ja! Heute klappt aber auch gar nichts. So. Kennt ihr auch solche Tage, wo einfach nichts klappt? Ich bin bei 193. Ach, da bin ich. Ich krieg trotzdem gleich noch. Ich hab ihn gezählt. Ich hab doch krass. Ah. Da hat der mich auch nicht erwischt. Ich bin mir ja nicht alle gut gepasst. Ja. Ich brauche jetzt die Nagelpistole. Jetzt brauche ich es. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich habe eigentlich alle hier gekriegt, die hier sind. Jetzt noch mal schauen nach dem Reh. Wo ist es? Ich bin bei 199. Zu oben zieht auch. Gut zu wissen. Ah, hier 10 auch. Ja, gut. Dann, was ich noch einsammeln kann. Im Autostart. Im Autostart. Im Autosuch. Lauf. Sammelmodus. So, jetzt will ich einmal zur Basis laufen. Den Rest alles hier plündern. Und bin dann gleich wieder hier. Bis gleich. So, ich fahre mir jetzt gerade die letzten Rüststücke weg. Oh, das waren die letzten schon. Ich dachte auch mal irgendwas. Ähm. Bin hier dreimal in den Hotel gelaufen. Um alles abzufarmen. Also einmal zum Kinn und dann nochmal hin. Farmtasche voll zurück. Hin. Tasche voll zurück. Und ja. Das habe ich gerade gemacht. Ich stehe jetzt nur noch hier. Und wenn ich jetzt ja eigentlich das hier voll haben möchte. Um die Pistole zu haben. Dann dürfte ich eigentlich nichts sammeln. Außer halt Rüstung und sowas. Und dann würde ich halt. Hier reingehen. Einmal Zombies alle killen. Raus gehen. Nach dem rausgehen. Würde ich dann hier den Timers rückstellen. Der Timer kann hier zurückgestellt werden. Solange sie. Der Spieler dieser Position ist. Also müsst ihr irgendwo hingehen. Ich laufe jetzt mal gerade wieder zurück. Das macht jetzt sowieso nichts. Und. Würde ich jetzt irgendwo hinlaufen. Was denn in der Nähe wäre. Wäre entweder der. Der oder der. Dann den Timers rückstellen. Kann ich nicht. Bin ich doch gar nicht. Ah ich muss erstmal woanders reingehen. Und dann rausgehen. Warte mal. Schau mal. Oh ich hab hier so. Oh das brauche ich. Anschauen. Bis gleich. So. Bitte da. Ähm. Ich meine ja dann. Gehst du halt. Kurz rein. Gehst du wieder raus. Und. Jetzt kann ich aber anschauen. Genau. Dann schaut man sich das an. Bis gleich. So. Jetzt ist es. Freigeschaltet. Für die nächste Runde. Könnte ich wieder hingehen. Da spielen. Und werde ich auch gleich einmal kurz machen. Allerdings. Dann werde ich jetzt doch einmal. Das ist immer noch der gleiche Händler. Genau. Wenn ich einmal schnell meine Sachen hier abgeben. Ich hab mir von hier was gekauft. Hier hab ich jetzt noch. Draht. Holz. Und Gras. Voll. Holzbräuche da oben. Da kann ich nichts. Aufwerten. Das kann ich. Gebrauch nicht. Das kann ich auch. Gebrauchen. Graz. Schmeißen Papier rein. Das brauche ich jetzt gerade nicht. So. Neun Stück. Und hier brauche ich mal zwei Dranteile. Und die Steine brauche ich. Hier oben. Noch vier Steine. Shit. Aber ich war so ein Pferd. Habe ich nicht benutzt heute. Und dann werde ich mal schauen was passiert. Wenn ich in der Frau jetzt nicht viel Schimpf gebe. Ein Stern. Oh. Okay. Es bräuchte diese Sache. Oh. Die Weinflasche habe ich. Ah. Jetzt brauche ich auch ein Stern Sachen hier. Und da auch ein Stern. Schau mal. Was haben wir. Da unten waren. Glück. Noch Leckerlis. Ich glaube das mag die Frau nicht so. Lassen wir noch hier. Mal hochlaufen. Ich habe keine Dinger mehr. Sonst könnte ich das kaufen. Obwohl so viel kann ich mir sowas nicht tragen. 15, wie viel darf ich haben? 15, passt genau. Ach so, mein Mist. Heute klappt bei mir gar nichts. Schlimm? Hab ich auch schon gemacht vorhin. Ja, da will ich doch einmal schnell darunter laufen, die Zombies killen. Vielleicht kriege ich noch einmal die Waffe. Die nächste Waffe. So, Werbung anschauen. Bis gleich. Gut, Werbung angeschaut, dann laufen wir mal da hin. Und, Werbung noch mal packt, Tiere killen. Ein paar Zombies killen. Und zu schauen, ob wir das nächste noch erreichen. Die nächste. Wunder. Eben. Die nächste war, jetzt hab ich die Geschenke, der mit knapp 8, Mensch. Ich bin wirklich, ich bin wirklich zu unbewusst. Jetzt wieder mit! Nein, 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 nein. Ich darf heute nicht spielen. Das ist, was ich heute spiele, ist ja Horror. Das kann man sich doch gar nicht anschauen, wie ich heute spiele. Oh, da brauche ich Trash dafür. Ich brauche 312 bis zum nächsten Bonus. Ach, das schaffe ich doch nicht. Ach, der hat mich nicht getroffen. Alles gut. Dann kann ich mal daneben. Ich habe noch nie gesehen, dass er da nicht umgeschlagen hat. Aber da war ich so schnell weggelaufen gerade. Das kann auch sein. Jetzt habe ich mich selber rausgekippt. So, wo liegt das Reh? Da liegt das. Ah, das war erst mal zu tun. Oh, schau mal. 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 Ich hab die auch schon mal gequillt. Bei 202 war ich glaube ich gewesen. Ja! Ich bin schon kaputt. Ich weiß nichts. Okay, einfach nicht stehen. Dann kommen sie nicht hin da. Gut. So können wir die aufzukehren. Guck. So komm, man, die aufzukehren. Da! Welche sind die? Na, die Pristole wieder nehmen. Oh! 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 Oh. Oh! und schon wieder alles hier frei also ungefähr 20 Typen sind hier leider kann man nicht so auf die Werbung schauen ich glaube ich habe sie jetzt erst zweimal mir angeschaut den kann ich noch nehmen zack nicht durch, hier ist der Atem ich werde mal sagen das war es für heute mehr kann ich hier nicht warten absolut nur noch 30 Energie ich kann noch einmal zurückdaufen gut dann war es das aber ich war hier nicht nur noch so einig ne das war der ein den ich mitgenommen habe eckerlich Rucksack voll gut nochmal schnell zurücklaufen so das war es mit dem Video ich würde mal sagen heute hat bei mir nichts geklappt aber was solls man hat mal solche Teile ich denke mal ihr auch wo einem am Tag einfach nichts klappt gut dann würde ich mir sagen das war es mit dem Video Dankeschön fürs Zuschauen ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid bis dann viel Spaß und auf Wiedersehen Ciao 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 Chao 1 1 et 1 Green ドン